Einen Tee? Danke, Mr. D. Sehr freundlich, dass ich hierbleiben kann. Wir teilen uns einfach mein Zimmer! Wow, wow, wow! Moment, Moment! Jetzt haltet mal beide für einen Moment die Luft an. Seit Jahrzehnten bin ich keinem Monster begegnet. Wir wissen doch gar nicht, wer sie ist und schon gar nicht, woher sie kommt. Wie gesagt, ich bin Frankie. Mein Papst ist Frankenstein. Nein. Und nach der großen Monsterflucht damals hat er sich wie alle anderen Monster versteckt. Es ist ganz schön langweilig, sich allein zu verstecken. Musst du mir nicht erzählen? Komm schon, bitte schick sie nicht zurück. Ich hatte bis jetzt noch nie eine echte Freundin. Du hast Webby. Das ist eine Spinne, Dad. Bitte. Meine Antwort steht absolut fest. Das funktioniert nicht bei mir. Leider vergeudest du damit nur deine Zeit. Es reicht. Okay, sie kann bleiben.